Liebe Studieninteressierte, ich freue mich, Sie heute hier auf dem Campus am Schlossberg im Blauen begrüßen zu können. Sie sehen hier hinter mir das bereits fertiggestellte Lehrgebäude unseres neuen Campus, an dem Sie in drei Studienbereichen studieren können. Wir bieten Ihnen Studiengänge im Bereich Technik, Wirtschaft und Gesundheitswesen. Das Besondere an unserer Studienakademie ist, dass wir nur duale Studiengänge anbieten, wo Sie die Hälfte Ihrer Studienzeit beim Praxispartner verbringen werden. Dort können Sie sowohl Berufserfahrung sammeln, als auch natürlich eine Vergütung während Ihres Studiums erhalten, sodass Sie finanziell unabhängig sind. Das sind, denke ich, sehr tolle Bedingungen, um hier im Blauen studieren zu können. Und jetzt möchten wir Ihnen natürlich gerne unser neues, modernes Lehrgebäude vorstellen, damit Sie sich einen Eindruck verschaffen können, unter welchen tollen Bedingungen hier Sie studieren können. Das möchte ich allerdings nicht allein machen, sondern dazu habe ich mir Verstärkung geholt. Unsere Studentin Katharina aus dem Studiengang Handel Internationales Management wird mich dabei begleiten und Ihnen die Räumlichkeiten zeigen und kann aus Sicht der Studentin mal zeigen, wie toll es sich hier studieren lässt. Ich freue mich, Euch unseren neuen Campus vorzustellen und würde vorschlagen, dass wir direkt beginnen.